Björn Höcke ist ein deutscher Politiker und beurlaubter Lehrer. Er ist einer von zwei Sprechern der AfD Thüringen und seit der Landtagswahl 2014 AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag. Der Mitte-Niziator der Erfurter-Resolution wird dem rechten Flügel bzw. dem völkischen Spektrum der AfD zugerechnet. Von Sozialwissenschaftlern, Politologen und Journalisten als auch teilweise innerhalb der AfD werden Höcke offen rassistische Thesen und mangelnde Distanz zu Rechtsextremen, insbesondere völkischen Mitgliedern sowie Positionen der NPD und der Neuen Rechten, mitunter auch Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut bescheinigt. Höcke nutzt die Erfurter Demonstrationen zur Verbreitung seiner Ansichten und Thesen. Ein durch den früheren AfD-Bundesvorstand eingeleitetes Amtsenthebungsverfahren wurde nach dem im Juli 2015 erfolgten Führungswechsel der Partei eingestellt. Beruf und Familie Höcke wurde in Westfalen geboren. Seine Großeltern waren Vertriebene. Nach dem Abitur am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied im Jahr 1991 leistete er Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und begann im Anschluss zunächst ein Jurastudium in Bonn, das er nach zwei Semestern abbrach. Von 1992 bis 1998 studierte er Sportwissenschaften und Geschichte für das Lehramt am Gymnasium an den Universitäten in Bonn, Gießen und Marburg. Er legte das erste und zweite Staatsexamen ab. Von 2003 bis 2005 absolvierte er einen Masterstudiengang im Bereich Schulmanagement, den er mit dem Master of Arts abschloss. Bis zu seinem Einzug in den Landtag war er als Oberstudienrat an einer kooperativen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, der Renanusschule im hessischen Bad Soden-Allendorf, tätig. Als Beamter ist er derzeit beurlaubt. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, äußerte sich als Reaktion auf rassistische Äußerungen Höckes am Institut für Staatspolitik kritisch zu dessen möglicher Rückkehr in den Schuldienst. Es wäre, so Kraus, eine sehr fragwürdige Angelegenheit, wenn Höcke eines Tages in den Schuldienst zurückkehren würde. Das für Höcke zuständige hessische Kultusministerium erklärte, dass nach dem hessischen und dem thüringischen Abgeordnetengesetz die Rechte und Pflichten von Beamten ruten. Wenn sie in ein Parlament gewählt worden seien, für Beamte außer Dienst bestehe keine politische Neutralitäts- und Mäßigungspflicht. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz versicherte, sich unter Beachtung bzw. Einhaltung aller rechtlichen Voraussetzungen dafür einzusetzen, dass Höcke in Zukunft an keiner hessischen Schule mehr unterrichten wird. Ob allerdings eine Entlassung ausgesprochen werden kann oder ob nur die Möglichkeit besteht, ihn beispielsweise statt als Lehrer nur noch in der Verwaltung einzusetzen, sei rechtlich noch offen. Höcke lebt in Bornhagen im Landkreis Eichsfeld an der Grenze zwischen Thüringen und Hessen, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Politische Laufbahn Höcke gehörte in seiner Jugend der Jungen Union an. Er gehörte im April 2013 zu den Gründern der Alternative für Deutschland in Thüringen. Er ist seit August 2013 Landessprecher des Landesverbandes seiner Partei. Für die Bundestagswahl 2013 stand er auf Listenplatz 2 in Thüringen. Im November 2013 gründete er mit weiteren Parteimitgliedern einen Kreisverband in Worbes. Höcke wurde im August 2014 zusammen mit Stefan Möller erneut zum Landessprecher der AfD Thüringen gewählt. Seit November 2013 ist er zudem erste Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Nordhausen-Eichsfeld-Mühlhausen. Höcke war im März 2015 gemeinsam mit André Poggenburg, Landessprecher der AfD Sachsen-Anhalt, Initiator der Erfurter-Resolution, die als direkte Kampfansage gegen den damaligen Parteisprecher Bernd Lucke verstanden werden konnte. Wie wohl Höcke bisweilen in Medienberichten als Vertreter eines nationalkonservativen Flügels vorgestellt wird, rechnet ihn Andreas Kemper zu einem Parteiflügel, der rechts davon anzusiedeln ist. Kemper verortet Höcke, dem er in einer Studie Rechtsextreme Ideologiefragmente attestiert. Ideologisch gesehen im fundamentalistischen Flügel einer gespaltenen neuen Rechten. Auch nach Alexander Häusler orientiere sich ein Lager innerhalb der Partei, zu dem er Höcke rechnet, an der neuen Rechten. Dieb nicht selten völkisch-nationalistisch klinge. Mitglied des Landtages bei der Landtagswahl in Thüringen 2014 war Höcke Spitzenkandidat der AfD und er rang über die Landesliste seiner Partei ein Mandat im Landtag. Außerdem war er AfD-Direktkandidat im Wahlkreis Eichsfeldi und erreichte dort mit einem Ergebnis von 8,6 Prozent der Erststimmen den dritten Platz. In seinem Wohnort Bornhagen erhielt die AfD 38,5 Prozent bei den Landesstimmen und 38,3 Prozent bei den Erststimmen. Am 22. September 2014 wurde Höcke zum Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion gewählt. Er ist Mitglied im Thüringer Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus und Behördenhandeln sowie im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und in der Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt. Am 3. Juli 2015 hob der Justizausschuss des Thüringer Landtags auf Antrag der Erfurter Staatsanwaltschaft Höckes parlamentarische Immunität auf, um der Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Höcke wegen Betrugsvorwürfen zu ermöglichen. Höcke soll Scheingehälter für einen seiner Wahlkreismitarbeiter abgerechnet haben. Höcke selbst wies die Beschuldigungen zurück. Politische und weltanschauliche Positionen Höcke forderte 2014, das Schengener Abkommen vorübergehend auszusetzen, bis die EU-Außengrenze wieder genügend sicher sei. Die Bundespolizei sei mit den steigenden Flüchtlingszahlen überfordert. Zudem solle das Asylrecht eingeschränkt werden. Höcke favorisiert eine klassische Familie, insbesondere eine Drei-Kind-Familie, und unterstützt einen Werte- und Bewusstseinswandel in der Familienpolitik. Er fordert Gesellschaftsexperimente, die der Abschaffung der natürlichen Geschlechterordnung dienen, zum Beispiel das Gender-Mainstreaming, sofort abzuschaffen. Er befürwortet den Ausbau des Landeserziehungsgeldes. Höcke befürwortet gesonderte Förderschulen für behinderte Kinder und lehnt den gemeinsamen Schulbesuch behinderter und nichtbehinderter Kinder bis auf Ausnahmen ab. Er spricht sich für eine gezielte Elitenförderung aus. Höcke lehnt eine Frühsexualisierung der Schüler, die darauf abziele, die natürliche Polarität der Menschen in zwei Geschlechter aufzulösen, ab. Höcke meint, der materielle Liberalismus habe zu einer kulturellen Gleichschaltung dieses Landes geführt. Höcke forderte in einer parteiinternen E-Mail Ende 2014, die 86 und 130 StGB abzuschaffen. 86 StGB stellt das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, 130 StGB die Volksverhetzung unter Strafe. Ethisch unvertretbare Meinungen ließen sich nicht durch Strafenormen vermeiden. Ideologische Einordnung Der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler erklärt, Begriffe und Aussagen Höckes seien den der rechtsextremen sogenannt identitären Bewegung ähnlich. Höcke nannte die AfD in einem Interview mit dem neurechten Online-Magazin Blauen Arzisse eine identitäre Kraft. Zudem zeige Höcke Sympathie für die islamfeindlichen Positionen Thilo Sarrazin's. Nach Häusler zeige Höcke keine Berührungsängste mit dem rechten Rand. David Betonowski, Sozialwissenschaftler am Göttinger Institut für Demokratieforschung, analysierte. Höcke habe sich im Wahlkampf in einem auch für rechtsextreme typischen Duktus geäußert. Höckes Wahlkampf sei von nationalchauvinistischen Tönen durchzogen. Als Beispiel dafür nannte er Höckes Aussage, Minarette in Europa seien Symbole der Landnahme, die von einem vom Islam dominierten Kontinent künden würden. Der Schweizer Tagesanzeiger bezeichnete Höcke einen der AfD-Köpfe in Ostdeutschland als Biedermann und Brandstifter mit völkischen Ideen. Der Spiegel schrieb, Höcke habe die AfD auf einen streng konservativen Kurs getrimmt. Im Thüringen-Wahlkampf äußerte er nach dieser Einschätzung rechtspopulistische Töne in Bezug auf Ausländer und den Islam. Nach der Landtagswahl 2014 kritisierten Journalisten Interviews mit Höcke in neurechten Zeitschriften und Zeitungen wie Sezession und Junge. Freiheit sowie der von Experten als rechtsextrem eingestufte zuerst. Gegenüber der thüringischen Landeszeitung sagte Höcke, er rede mit jedem. Sein zentrales Motiv für den Gang in die Politik sei der Kampf um die Meinungsfreiheit. 2015 folgte ein Interview mit dem rechten Querfront-Magazin Compact. Laut einem Bericht des Fernsehmagazins Frontal 21 sind Höcke und Götz Kubitschek langjährige Weggefährten. So soll auf Betreiben Höckes eine Sitzung der Thüringer AfD-Fraktion am Institut für Staatspolitik stattgefunden haben. Dessen Gründer Kubitschek ist, es seien auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert worden. Laut dem Rechtsextremismusforscher Helmut Kellersohn offenbart Höcke eine geistige Nähe zu Kubitschek. Er pflege einen apokalyptischen Grundton, liebe völkische Fressen und fühle sich der vermeintlich dekadente N-politische N-Klasse gegenüber erhaben. Kellersohn machte gar einen penetrant-pathetischen Ton aus. Der Politologe Geru Neugebauer hält es für evident, dass Höcke versuche die AfD auf den Kurs der NPD zu bringen, dessen Aussagen würden ihn als Vertreter eines völkischen Nationalismus, also eindeutig rechtsextremistisch, ausweisen. Was sie zur Konkurrenz der NPD und der sonstigen rechtsextremistischen Kleinstparteien mache und ihr bisheriges Profil als durch Wahlen legitimierte rechtspopulistische nationalkonservative Partei gefährde. Der Politologe und Experte für Rechtsextremismus Hayon Funke sieht Höckes Rhetorik als Beispiel für eine Verrohung der Sprache und bezeichnet den Politiker wie auch einen Großteil der AfD-Parteispitze als rechtsradikal. Höcke beherrsche eine faschistische Agitation. Das habe man bei Günther Jauch gesehen, aber auch bei seinen Demonstrationen in Erfurt. Er sage sinngemäß, die Syrer, die zu uns kommen, haben immer noch Syrien. Wenn wir, durch die Syrer, unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr. Etwas Infameres lasse sich kaum denken. Das gleiche gelte für die Unterstellung, blonde Frauen würden vergewaltigt. Höckes Äußerungen seien in ihren rassistischen völkischen Resetimas entfesselt. Für den Politikwissenschaftler Markus Linden halte Höcke bei den Demonstrationen in Ostdeutschland völkische Reden. Der Historiker Norbert Frey sieht bisweilen bei Höckes Terminologie anleihen bei der NS-Bewegung der Weimarer Zeit. Der Journalist Wolfgang Büscher bezeichnete Höcke in der Welt als einen Nationalisten der ganz alten Schule. Sein Antrieb seien eine Nationalromantik des 19. Jahrhunderts, eine Preußensehnsucht und ein Horror-Vakui vor der Auflösung des Vaterlandes. Politisch entspräche dieses der völkischen DNVP der Weimarer Republik. Mitte März 2015 wurde in den Medien die These aufgegriffen. Höcke habe im Jahr 2012 unter dem Pseudonym Landolf Ladig Beiträge in mehreren Zeitschriften des neonazistischen Umfelds der NPD publiziert. Der These lag ein Artikel im Weblog von Andreas Kemper zugrunde. Kemper stellte übereinstimmende, spezielle Formulierungen in Höckes und Ladigs Texten heraus, verwies auf eine Beschreibung des Wohnhauses von Höcke in einem Ladig-Text und berichtete über die räumliche Nähe zwischen Höcke und dem Herausgeber der besagten Zeitschriften, dem militanten Neonazi- und NPD-Funktionär Thorsten Heise. In einer Studie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen hielt Kemper fest. Es fänden sich in diesen Zeitschriften und zwei Jahre später bei Björn Höcke zahlreiche Argumentationsfiguren, Metaphern und selten verwendete Begrifflichkeiten. Heise wohnt in Höckes Wahlkreis und Höcke hat bestätigt, Heise persönlich zu kennen. Der AfD-Bundesvorstand forderte Höcke im April 2015 auf, eidesstattlich zu versichern, dass er keine Texte unter dem Pseudonym verbreitet oder an deren Erstellung mitgewirkt habe. Höcke bestritt in der Folge, mit dem Pseudonym Landolf Ladig etwas zu tun zu haben. Er habe niemals unter Pseudonym für eine NPD-Zeitung geschrieben und werde jeden juristisch belangen, der anderes behaupte. Höcke unterzeichnete die geforderte eidesstattliche Erklärung nicht. Diese habe ihren Ort in einem Strafprozess, sei aber kein Instrument der innerparteilichen Kommunikation. Es dürfe nicht sein, dass ein AfD-Funktionär auf absurde Behauptungen eines linksextremen Soziologen mit eidesstattlichen Erklärungen antworten müsse. Laut Heise handelt es sich bei dem Pseudonym Landolf Ladig nicht um Höcke. In einem Interview Anfang Mai 2015 in der Thüringer Allgemeine sagte Höcke, er gehe nicht davon aus, dass man jedes einzelne NPD-Mitglied als extremistisch einstufen könne. Das würde in der Beurteilung etwas zu weit gehen. Die NPD habe aber große Teile in sich, die eindeutig als extremistisch einzustufen seien und die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht achteten. Der damalige AfD-Vorsitzende Bernd Lucke forderte Höcke daraufhin zum Rücktritt und Parteiaustritt auf. Da Höckes Äußerungen zur NPD laut Lucke Uneinsichtigkeit und einen erschreckenden Mangel an politischem Urteilsvermögen offenbaren würden. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry und der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland kritisierten Höcke ebenfalls. Wiesen Luckes Forderungen jedoch zurück. Mitte Mai 2015 beschloss der Bundesvorstand mit 5 zu 2 Stimmen gegen Höcke ein Parteiverfahren mit dem Ziel der Amtsenthebung und des Ausschlusses von Parteiamtern für zwei Jahre durchführen zu lassen. Petry und Gauland stimmten gegen den Antrag. Ein AfD-Pressesprecher erklärte, Höckes Äußerungen würden den Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD mit der NPD aufweichen. Nach der Neuwahl des Bundesvorstandes wurde das Verfahren im September 2015 eingestellt. Im Rahmen eines Fernsehauftritts in der ARD-Talkshow Günther Jauch am 18. Oktober 2015 drapierte Höcke ein Deutschlandfähnchen über seiner Sesselehne und bekundete, ein tausendjähriges Deutschland verteidigen und das Bewährte behalten zu wollen. Deutschland importiere mit den Flüchtlingen sozialen Sprengstoff, es gäbe Angsträume deutscher Frauen. Im Anschluss distanzierten sich die AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen von Höckes Auftreten. Höcke sei nur, für den Landesverband Thüringen zu sprechen, legitimiert gewesen, nicht aber für die Bundespartei. Obwohl es mancher als befriedigend empfunden haben, möge, dass das, was er schon immer mal selbst gesagt haben wollte, nun durch Björn Höcke zum Ausdruck gebracht wurde. Sehe sich die große Mehrheit der AfD-Mitglieder durch Höckes Stil des Auftretens nicht vertreten, zudem schade er damit dem Ziel, neue Wähler für die AfD zu gewinnen. Petry und Meuthen forderten Respekt gegenüber dem politischen Gegner, sowie Augenmaß, persönliche Verbindlichkeit und eine sachliche Befassung mit den anstehenden Problemen. Der Journalist Andreas Speit deutete dies in der Taz als neuen Versuch, die AfD nach rechts abzugrenzen. Petry sagte einen schon geplanten Auftritt als Gastrednerin bei der von Höcke organisierten Demonstration am 4. November 2015 in Erfurt ab. Dagegen betonte Bundesvorstandsmitglied und Vorsitzender des Sachsen-Anhaltinischen AfD-Landesverbandes André Poggenburg, dass er zu 100% hinter ihm stehe, ein Alleingang Petrys gegen Höcke dürfe sich nicht wiederholen. Im November 2015 postulierte Höcke während einer Rede zur Asylpolitik am von Götz Kubitschek geleiteten Neurechteninstitut für Staatspolitik. Genetische Unterschiede im Sexualverhalten von Afrikanern und Europäern und wurde daraufhin von vielen Seiten als rassistisch kritisiert. Höcke behauptete, dass die Evolution Afrikanern und Europäern, vereinfacht gesagt und phylogenetisch begründet, zwei unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien beschert habe, wobei Afrikaner überwiegend der so genannt. Er Strategie folgen würden, während Europäer meist K-Strategen seien. Er sprach vom lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp, der auf den europäischen Platzhaltertyp treffe und so eine geschlossene deutsche Grenze notwendig mache. Nach Ansicht des Psychiaters Andreas Heinz stützt sich Höcke mit seinen Fortpflanzungsstrategien auf das kontroverse Werk des Psychologen John Philippe Ruschten. Die Politologen Hayon Funke, Werner Patzelt sowie die Amadeo Antonio Stiftung bewerteten Höckes Aussagen als klaren Rassismus. Funke sieht Parallelen zum Nationalsozialismus. Patzelt analysierte in einem Gutachten, dass die von Höcke postulierten genetischen Unterschiede in direktem Zusammenhang mit der stark kritisierten Rassentheorie stehen und wissenschaftlich widerlegt sind. Weiter ignoriere Höcke hier die soziologischen und medizinischen Ursachen für das hohe Bevölkerungswachstum in Afrika. Im Gegensatz zu Höckes Verwendung wird das von ihm angeführte Modell der Fortpflanzungsstrategie in der Biologie fast ausschließlich für Unterschiede zwischen verschiedenen Spezies verwendet und beschreibt alle Menschen aufgrund ihres hohen Aufwands für den Nachwuchs als Karstrategen. Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion sah keinen Grund für Kritik und erklärte, die Vorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen. Der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, sah in den Aussagen nichts, was gegen AfD-Positionen verstieße. Im Gegensatz dazu lehnte der AfD-Bundesvorstand Höckes Ansichten einhellig ab, da sie nicht in Einklang mit den Positionen der AfD seien. Der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen erklärte, Höckes Aussagen seien sachlich unsinnig. Entbehren wissenschaftlicher Substanz und laden zu Fehldeutungen als rassistische Aussagen geradezu ein. Höcke selbst distanzierte sich in einer Erklärung zu der Rede nicht von seinen Aussagen, sondern implizierte. Es habe sich bei den Rassismusvorwürfen um Fehldeutungen gehandelt. Siehe auch. Liste der Mitglieder des Thüringer Landtags. Liste der Mitglieder des Thüringer Landtags.